Herzlich Willkommen auf Aktienlust TV zu unserer Analyse der Woche. Und gleich vorweg, heute gibt es auch noch dazu den passenden Derivate-Tipp. Und das ist eine echte Empfehlung, deswegen unbedingt dann auch noch Derivate-Woche im Anschluss schauen für die spekulativen Anleger. Da haben wir dann noch was im Gepäck. Ja, heute geht es um die Aktie der Deutschen, die Aktie, die viele Deutsche überhaupt erstmalig mit der Börse in Berührung gebracht hat, nämlich um die Deutsche Telekom. Und dass ich mal diese Aktie irgendwann als Analyse der Woche, als Langfristempfehlung überhaupt vorstelle, war lange Jahre oder viele Jahre für mich gar nicht denkbar. Doch heute steht der Konzern ganz anders da als zur Zeit des Börsengangs. Natürlich damals Ron Sommer, der Vorstandschef, der Tatort-Kommissar Krug, der für die T-Aktie getrommelt hat. Die T-Aktie geht an die Börse, ich gehe mit, war der Slogan, oder gehen Sie auch mit. Und es sind viele Deutsche damals mitgegangen und haben frei, haben richtig die erste Tranche gezeichnet. Es war auf einmal Börse, man war Aktionär. Viele wussten gar nicht, was das ist. Ja, dann gab es natürlich dann die Entwicklung mit der IT, mit der Internetblase. Es gab die Fernsehsendungen, es gab den neuen Markt und die T-Aktie ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und man hat immer mehr getrommelt und die Begeisterung war groß. Es gab die zweite und die dritte Tranche und viele sind dann ganz teuer bei der Telekom-Aktie eingestiegen. Viel zu teuer, bevor dann die große Korrektur kam. Wir gehen natürlich nachher auch nochmal auf diese Entwicklung genauer ein. Damals war die Telekom ein zäher Staatskonzern, der in die Privatwirtschaft entlassen wurde. Da gab es doch immer viele Beamtenstrukturen. Das musste überhaupt erst mal in den Jahren danach aufgebrochen werden. Aber heute ist die Deutsche Telekom ein weltweit führender Dienstleister im Bereich der Telekommunikation, Informationstechnologie und ich glaube, viele, die heute in dem Bereich tätig sind und mit Call-Centern zu tun haben, die wissen noch, dass das früher eine Katastrophe war. Aber heute kann man wirklich froh sein, wenn man irgendwie bei der Telekom zu Hause ist, ob im Mobilfunk, ob im Festnetz, die mittlerweile, was den Service angeht, diese vielen Konkurrenten, die es ja immer noch gibt, durchaus aussticht auch in Sachen Service. Ja, heute bietet man eine ganze Palette an Kommunikationsleistungen. Das geht natürlich vom klassischen Festnetz bis zum Internet, bis zum Mobilfunk, alles drumherum. Aber auch darüber hinaus mehr. T-Home ist ein Festnetzprogramm, wo man wirklich Multimedia-Dienste hat, wo man streamen kann, wo man auch in Zusammenarbeit mit Sky eben auch Fußball, Bundesliga, alles Mögliche schauen kann. Er freut sich wachsender Beliebtheit. Also an der T-Aktie kommt man hierzulande kaum vorbei. Schauen wir uns mal die Aktionärstruktur an. 57,8 Prozent Streubesitz, also in den Händen von Privatanlegern, Fonds etc. Der Staat hält immer noch 30 Prozent. Das ist, wenn überhaupt, eigentlich heute immer noch der größte Malus. Die Staatsbeteiligung, die macht natürlich so eine Aktie immer ein bisschen aus Bewertungssicht kritischer, weil staatlicher Einfluss, das hat man nicht so gern. Die Softbank, 4,5 Prozent immer noch, drittgrößter Aktionär. Was sich aber ändern wird, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Und dann eben die üblichen Verdächtigen, die Fondsgesellschaften etc., die dort investiert sind. Was für die Telekom eigentlich das wichtigste Asset ist, und das muss man ganz klar sagen, ist die US-Tochter T-Mobile US. Das ist der dynamisch schnellste Telekom- oder Mobilfunkkonzern in den USA. Gerade Zahlen vorgelegt, die blendend ausgefallen sind. Wachs und gedeiht ist in den USA extrem beliebt. Und jetzt hat die Telekom einen Deal gemacht mit der Softbank, also auch in einem Zug einer Kapitalerhöhung, eines Aktientauschs, wo die Softbank eben 4,5 Prozent jetzt an der Telekom gehalten hat oder hält. Ein Teil der Aktien hat man auch schon wieder am Markt verkauft, was die jüngste Kursschwäche erklärt, um am Ende des Tages 48,4 Prozent an der US-T-Mobile US zu halten. Man strebt auch, stimmrechtlich hat man sowieso schon ein bisschen den Durchgriff drauf, aber man will natürlich auch die signifikante oder die echte Mehrheit über 50 Prozent anstreben. Und wenn wir allein uns mal die Börsenwerte anschauen, also der Mutterkonzert Deutsche Telekom hat aktuell einen Börsenwert von 82,5 Milliarden Euro. Wie gesagt, Streubesitz 57 Prozent, 4,97 Milliarden Aktien gibt es, ganz klar, hier sind die Kennzahlen dazu. Und die US-Tochter T-Mobile US hat einen Börsenwert heute von 133 Milliarden. Und daran hält die Telekom 48 Prozent. Also ist der Börsenwert der Deutschen Telekom schon zu einem ganz großen Teil unterlegt durch die US-Tochter. Und das ist eine eklatante Unterbewertung eigentlich des Mutterkonzerns, um es ganz deutlich zu machen. Und darauf setzen wir ganz klar. Also da steckt auch das technische Potenzial der Aktie, Stand heute, deutlich nach oben zu gehen. Wie gesagt, die Aktie kam zuletzt unter Druck, die hat ja schon einen technischen Ausbruch geschafft, ehe Softbank über Goldman Sachs einen Teil dieser Aktien aus diesem Aktientauschgeschäft auf den Markt geschmissen hat. Da kam die Aktie unter Druck ohne fundamentale Begründung. Softbank wiederum war Mutterkonzern von Sprint und der wurde ja mit der T-Mobile US fusioniert. Im Zog dessen gab es eben diese relativ komplizierte Anteilsverquickung, die sich jetzt aber allmählich auflöst. Werfen wir einen Blick auf die Bilanz und auf die Prognosen für die Zukunft. Ja, hier sehen wir Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Telekom seit 2016. Dann sehen wir, der Umsatz steigt stetig von 73 Milliarden auf 2020 101 Milliarden. Genauso das Ergebnis geht stetig voran. Aber natürlich, wir haben noch negative Zinsergebnisse. Der Konzern ist natürlich hoch verschuldet. Natürlich, aber das sind natürlich Investitionen in Netze, Infrastruktur. Da stehen natürlich Vermögenswerte gegenüber. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Schauen wir auf den Ausblick für dieses und nächstes Jahr. Also wir erwarten auch in diesem Jahr einen Sprung um 6-7 Prozent beim Umsatz. 107,5 Milliarden Euro liegen die Durchschnittsschätzung für nächstes Jahr dann auch 108 Milliarden. Der Gewinn soll auch kontinuierlich steigern. KGV um die 14. Das ist natürlich nicht viel im aktuellen Umfeld. Und 60 Cent Dividende wird ausgeschüttet. Das steht auch gut im Verhältnis. 3,7 Prozent Dividendenrendite. Wie gesagt, der Schuldenberg ist nicht zu verachten, muss man sagen. Aber dem stehen eben ganz klar auch Vermögenswerte gegenüber. Und da wird ja auch drüber spekuliert, dass man auch einige davon durch Börsengänge auch noch freisetzen kann. Ja, wer sind die Konkurrenten der Deutschen Telekom hierzulande? Natürlich vor allen Dingen Telefonica, Vodafone, United Internet mit eins und eins. Aber wie eingangs erwähnt, in Sachen Service, in Sachen Durchdringung hat die Deutsche Telekom wieder so viel Boden gut gemacht, dass man die Konkurrenz wirklich in Schach hält. Ja, aktuelle Zahlen. Zuletzt gestern gerade T-Mobile US, die US-Tochter, hat starke Zahlen gemalt. Ein super Quartalsgewinn und blickt auch optimistischer in die Zukunft. Für 21 geht T-Mobile US von einem Betriebsgewinn in Höhe von 23,4 bis 23,5 Milliarden Dollar aus. Rund 20,3 Milliarden Euro ungefähr. Und das ist nochmal ein Ticken drauf zu den bisherigen Schätzungen. Man will die Zahl der Mobilfunkkunden auf 5,1 bis 5,3 Millionen steigern. Ja, und wie gesagt, dank dieses boomenden Geschäfts gehen eben auch die Zahl bei Mutterkonzernen nach oben. Wir hatten im zweiten Quartal einen Konzernüberschuss bei der Deutschen Telekom, der um 150 Prozent gestiegen ist. Und wie gesagt, für dieses Jahr geht man hier von einem EBIT von 37,2 Milliarden Euro aus. Also EBIT da, also Zinsen, Steuern und Abschreibung. Da sieht man mal eigentlich, wie gesund dieses Geschäft der Deutschen Telekom eben ist. Also auch beim Ausblick hat man da nochmal nachgelegt. Schauen wir uns mal die Aktien im Chart an. Und zwar erstmal im Langfrist-Chart. Da sieht man diese Entwicklung vom Börsengang weg, wo die Aktie wirklich, ich glaube, zu 13,50 Euro an die Börse kam. Relativ schnell mit Zeichnungsgewinn. Man kam da nochmal eigentlich auf das Zeichnungsniveau zurück. Aber dann ging so richtig die Post ab mit der zweiten Tranche, die auf dem Markt platziert wurde. Und natürlich der dritten Tranche jenseits von 70, 80 Euro. Und da haben viele Anleger zugegriffen und warten heute noch drauf, ob sie jemals diese Kurse wiedersehen werden. Ja, dann ging es natürlich rapide in den Keller unter 10 Euro. Und selbst im Jahr 2013 hat man sich da nochmal eingefunden. Wobei man sagen muss, eigentlich von 2002 bis heute, ja also 20 Jahre, befinden wir uns mehr oder weniger in einem Seitwärtstrend, der so allmählich eben danach aussieht, dass wir ihn nach oben auflösen können. Und das sehen wir eben auch im Kurzfrist-Chart. Also dass wir uns seit Corona jetzt wirklich nach oben entwickeln. Wir hatten jetzt eine scharfe Korrektur vom Zwischenhoch bei 19 Euro. Da ging es mal runter auf 16 Euro. Jetzt geht es aber auch wieder mit dem Rückenwind aus den USA nach oben. 16,60 Euro gestern wieder Schlusskurs. Und wenn wir jetzt diese 200-Tageslinie knacken, gibt es gute Chancen, dass wir auch wieder die Höchststände von 19 Euro in Angriff nehmen und eben darüber hinaus schießen. Was natürlich nicht zu vernachlässigen ist, sind die ganzen Dividendenzahlungen, die es bei der Deutschen Telekom zu kassieren gibt. Und die haben wir hier mal aufgeführt. Und wenn Sie sich mal den Spaß machen und mal alle Dividenden summieren in den letzten Jahren, da kommt man schon auf einen zweistelligen Euro-Betrag. Und das hat man ja trotz allem verdient. Also wer vor 10, 15 Jahren da hier Aktien gekauft hat, hat vielleicht nicht die Kursgewinne gemacht, aber der hat ordentlich Dividenden kassiert. Und das ist ja auch nicht so zu vernachlässigen. Ja, die Analysten sind eigentlich relativ bullisch für die Deutsche Telekom. Wir haben hier mal einige Meinungen zusammengefasst. JP Morgan, Ziel 28 Euro. Ja, ich meine, das ist eine Hausnummer. Wir stehen gerade bei 16, 17 Euro. Und die Analyse ist von gestern. Jefferies ist ein bisschen smarter. 21,80 Euro. Das deckt sich eher mit unseren Vorstellungen. Und die Deutsche Bank hat auch die Deutsche Telekom auf Kauf mit Ziel. 26 Euro. UBS 24 Euro. Also wie gesagt, man ist sehr, sehr bullisch bezüglich der Deutschen Telekom. Und das nicht zu Unrecht. Aber auch die Börsenbriefanalysten sind sehr, sehr bullisch. Beispielsweise Euro am Sonder. Natürlich geht man hier davon aus, dass vor allem das US-Geschäft eben der Wachstumstreiber ist. Aber auch das große Thema 5G. Also mit dem neuen Mobilfunkstandard, so Euro am Sonder, können noch viel größere Datenmengen schneller verbreitet werden. Und das ist wichtig, beispielsweise für das Thema Autos, also selbstfahrende Autos, Digitalisierung von Fabriken. Da braucht man Geschwindigkeit. Und hier winken durchaus massive Wachstumschancen. Also Analysten sehen im Konglomerat der Telekom eben versteckte Werte, die durch Ausgliederung beispielsweise des Funkmastengeschäfts oder des Verkauf europäischer Auslandsbeteiligung gehoben werden könnten. Von daher auch hier deutliches Potenzial für die Aktie. Der Aktionär hat die Telekom auch auf Kauf, sieht eben gerade jetzt auch diesen, genauso diesen Anteilsaufstockung bei T-Mobile US als absolut sinnvoll an. Und schreibt eben auch mit dem 22er KGV von 12 ist die Aktie zudem eben auch attraktiv bewertet. Und langfristige Anleger machen mit der Aktie garantiert nichts verkehrt. Auch beim Effekten-Spiegel steht die Aktie auf Kaufen. Und auch hier geht man davon aus, dass der Deal eigentlich, der jetzt mit Softbank gemacht wurde und die Aufstockung, eigentlich noch das i-Tüpfelchen oben drauf ist. Bei der Börsenwoche hat man eben auch die Aktie auf Kaufen stehen. Wer sich strategisch in der T-Aktie engagieren möchte, kann eben in die laufende Korrektur hinein die Position aufbauen. Und genau das ist meine Empfehlung an alle da draußen. Die Ruhe im Depot haben wollen, die eine solide Beimischung im Depot haben wollen. Die sagen, okay, die Digitalisierung ist ein Trend. Wir brauchen 5G. Ich setze auf digitale Infrastruktur. Ich setze auf selbstfahrende Autos, auf 5G-Anwendungen. Und da kann ich durchaus auf die deutsche Telekom setzen. Praktisch der Schaufel- und Pickelhersteller des neuen 5G-Booms, der da sicherlich erst in den Anfängen ist. Günstig bewertet, attraktive Dividende gibt es obendrauf. Von daher von mir eine klare Kaufempfehlung. Und wie gesagt, mein Ziel in den nächsten zwei, drei Jahren liegt sicherlich deutlich über 20 Euro. Und das ist auch der Ansatzpunkt für eine schöne Derivate-Spekulation. Die stellen wir uns euch heute hier vor, wenn gleich der Cliff zu mir ins Studio kommt, mit unserem Derivat der Woche. Also, viel Erfolg mit der Telekom und schaut euch auch noch das nächste Video an.